Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Milord Komfort Damenfahrrad. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses wertige Damenfahrrad für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Fahrrad unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Bei einem Damenfahrrad, was die Auswahl anbetrifft, gibt es eigentlich wie bei jedem Fahrrad ein paar wichtige Grundsätze zu beachten. Wenn du dich viel mit dem Rad bewegst, möchtest du natürlich das Maximum an Sicherheit herausholen. Und das kannst du beim Fahrradkauf, indem du dich für ein hochwertig verarbeitetes Rad entscheidest. In meinen Augen bekommst du bei diesem Angebot eines Damenfahrrades hier in der Tat ein hochwertiges Gefährt zum fairen Preis, was sich auch durch materielle Verarbeitungsqualität auszeichnet. Ich bin der Ansicht, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Angebot wirklich ordentlich ist, sodass ich für dieses Damenfahrrad in der Tat eine Kaufempfehlung aussprechen kann. Auch das Design ist sehr schick, sehr freundlich würde ich sagen, Aber das ist natürlich immer nur ein zweitklassiger Faktor. Was jetzt die Auswahl von einem Fahrrad anbetrifft, bin ich der Ansicht, dass immer zuerst Wert auf die Sicherheit gelegt werden sollte. Und die bekommt man eben, wenn man sich für ein Rad entscheidet, bei dem hochwertige Bestandteile verwendet wurden. Und ich bin der Ansicht, dass das hier auf jeden Fall der Fall ist und du zusätzlich das Rad auch noch zu einem fairen Preis erwerben kannst. Weswegen es von meiner Seite aus für dieses wertige Damenfahrrad auch in der Tat eine Kaufempfehlung gibt. Das Amazon-Angebot zu diesem schönen Damenfahrrad werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit diesem Radgeber die Kaufentscheidungen erleichtern konnte und ich wünsche dir viel Spaß für deine neue Radtour. Alles Gute, ciao!